ARD Text im Auftrag von Funk Oh, nice Mist, ey Schön, weiter Ich krieg nicht mehr Oh, der hat ihn auch nicht gekriegt Juhu Ich glaube, ich da grad nicht Weckspringen konnte, aber Ui Schade Komm noch mal Wow Ich nerv die ein bisschen Oh, schade Nice Schuss Schöner Platz Warum stehen die auch alle zu drin in einer Ecke? War grad so Und Dunkey Ja Und Dunkey Ja 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 Mann Was war das denn für ein billiger Schuss? Ich denke, ein bisschen Ich denke Schade Oh, der Bündig Wc Ups Ja, der ist Toxic. Ja, der flammt dich gerade, weil du uns zwei GCs holst, um zu carriern können. Ja. Aber, dass die zwei Tore wegen Fehler passiert sind, außer das eine jetzt mit dem Flick. Ja, ja. Ähm. Nein! Ja. Boah. Guck mal, kriegt der wieder. Ähm. Alles gut. Oh, schade. Das war jetzt eine schöne Challenge von ihm. Ach man! Fake der nur! Oh, schöner Pass. Oh no! Oh, das war's. Oh, er hat mich gebangt, sorry. Alles gut. Hat mir ein bisschen Speed gegeben. Ne, da luftisch. Oh, schöner Safe. Ja. Etwas schwerer abzubremsen. Wenn die Reifen keinen Crip haben. Nein! Ich nehme ihn nicht mit. Ich bin schwer, der das nie keine Trick eingeschafft hat. Oder den Bump. Ja. Warum geht der für sowas ab? Naja, Gia Elo heißt ich ja wirklich Ball-Oper-Pozen. Boah, was? Voll verkackt den Schluck. Nice. Thanks. Na, kackt jetzt nochmal rum? Oder lief der jetzt sofort? Wie unser Problem ist, dass ihr euch zu besuchen habt. Ich hab's auch grad reingeschrieben, so. Naja. Ein Gottes passiert ist durch einen Fehler. Schade. Die Mädchen. Die sind ja ein Pinch draus geworden. Naja. Ah, Mann. Mh. Mh. Irgendwas, Bro. Viel? Naja, was… Schade. Untertitelung. BR 2018